Komm auf die COD-Karte. Nee. Ich weiß, wo war'n das? Nee, wo war'n das? Kampfisturier, ne? Was denn? 1,36 Also, Herausforderung, Spielmodi, Team Deathmatch. Oder was? Nee, generell. War'n noch 30 Kills mit dem Heli-Schützen. Kann ich wieder? Points, Points, Points. Siege Gesamt 216, Siege Gesamt 216, Niederlagen 109, Quote 1,98 Beste Serie 17. Quote, na schau'n. Präzision, äh, weil ich war schon bei 13%, ne? Genauigkeit. Nein. Ja, doch, Willi, doch. Hm. Wie kriegen wir jetzt die 3er und 5er und 4er? Ehm, guck mal 3,4,5 Guck mal die 3er, 4er und 5er, 5er und 5er , 5er und 5er und 5er und 5er und 5er und 5er. Was, Total? Ich bin nicht leicht zur Beeindruckung, oh ein blaues Auto und so. War das grad' so. Blaues Auto? Findest du den Spruch? Ich bin nicht leicht zur Beeindruckung, oh ein blaues Auto und Oho, alter, muah, äh, versteh' ich nicht. Ja? Alter, ich hab fast 30 Stunden Call of Duty aufgenommen. Wir haben kein Leben. Ich weiß nicht, wie viel hab ich denn Platz aufgenommen? Alter, wir haben fast 100 GB bei Call of Duty aufgenommen. Will ich das Autoreput machen? Nee, danke. Nee, ich war das nicht. Ich auch nicht. Also danke zum imaginären Frettchen. Bestimmt der Weihnachtsmann. So ein Frettchen. Das ist bewusst zur Weihnachtszeit, oder? Ich guck das gar nicht mehr. Weihnachtsfeiern und guck KG. Naja, jetzt ist auch nicht Weihnachten, du Monk. Doch. Scheiße, die kommen rein, die kommen rein. Du feierst Weihnachten, ist ganz sicher. Hegenplätzchen. Alter, als ich YouTuber bin, da ist bei mir alles vorbei. Lass doch jeden Früh Champagner ans Bett liefern. Wir sind in Führung. Nein! Wo, wo, was, was? Ich muss hier weg. Wir sind Führung. Wir sind Führer. Na, ich muss das da kommen. Hast du genau gewusst, hab ich doch gerochen. Hast du? Dass er aus mir gekrochen ist? Das hab ich gerochen. Gerochen? Der ist rausgekrochen. Wir sind in Führung. Huch. U2 bereit. Da schießt du heute ziemlich dämlich. Verbündete U2 unterwegs. Hä? Ach da. Achtung! Noooon! Nein! Dieser Scheiß-Boss-Jude, der legt sich auf den Boden. Achtung! Feindlich U2! Na toll. Hast du grad das fortgesagt? Jude! Eric! Kenny! Hast du schon dabei? Verfickt der Ficky, Ficky, Ficky. Äh, alle tot? Ja, irgendwie schon. Wieso kommst du her, willst du jemanden töten? Da kommt einer noch. Dann sind die alle tot, Alter. Das gibt's doch wohl nicht. Haben die Völle manieren, ja. We got a man down over here. It's not so good. Keiner, ob die Gegner von heute sind halt auch nicht mehr das, was wir mal waren. Verbündete U2 unterwegs. Ja, damals noch. 2 Einsatzbereit. Und das war zu einfach. Ja, klar. Mit der nicht einfach da. 300 Q-Rix. Alter, wat? Da ist doch bestimmt jetzt seine blöde Sau. Den hole ich einen auf die Fress. Den hole ich ihn runter, äh, äh, ja. Die bestimmt. Die einen runter, ja. Nein, nein, der fickt er sich in diesen Scheiß-Ficking da. Mit doch nicht. Und machen, ey. Ich bin aber ein Playmobil-Spielzeug-Barger. Was? Keiner wüscht? Ich war ein bester Wurf. Ich hab mal wüscht, der hat sich aufs Fenster konzentriert. U2 bereit. Ich hab eine U2. Man kommt mal die U3 raus, ey. Man kommt mal die U3 raus, ey. Immer nur die U2. Man kommt mal die Schnauze voll. Alter, mein Daumen tut schnübelst weh. Das hätte man bestimmt so lange belasten. Das ist bestimmt eine gute Idee. Da kann ich länger krank machen. Ja, klar. Dieser Rocks zum Spaß, alter. Da kann ich jetzt, Alter, da! Na gut, ich bin so ohne Scheide im Fahrt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Der hat da nur ne Hocke rum. Wir haben die Führung verloren. Was? Die sind klasse Team hier. Feindliche Fernlenkladung gesicht. Toll, alter, ich kann ich hinter der Tafel mich selber blenden. Nein, nochmal gewendet. Wir sind in Führung. Alter, das ist so knapp. Weiche Vorräte. Ist ja ausgeglichen. Ihr müsst ja für die 3er, 4er und 5er mitkillen. Was sind denn die alle? Hey, warum tötet der den nicht? Warum musst du den unbedingt messern? Du scheiß 5er, alter. Du hast ne knarrenhaut, du du willst unbedingt messern. Töt ihn doch einfach. Man, du mir... Ja, fick dich, alter. Boah. Hat der nen Todbringer oder was? Ja, ja. Achtziger Assistant. Ach der 41... Oh, jetzt haben wir mehr Kills als die. Das hat ein Multi gemacht. Ich ne. Ich hab ne Klamo. Ah, äh, Quatsch, ne. Desemtex, glaub ich denn. Ich will auch gerne Klamo werfen. Und bis wir dann das C4 setzen eigentlich. Ey, es ist ein Wichser, dieser Boss schwuchtig. Und der U2 über uns. Knopf, geht da nicht so weit rein. Kommt lieber zurück. Kommt zurück. Nein, fuck you. War schon zu weit vorne. Unsere U2 ist in der Luft. Unsere U2 ist in der Luft. Das ist ganz toll. Kriegste Pickel an der Osch. Au, au. Scheiße, alter. Kommt's nicht an, ey. Kommt's halt doch nicht an. Ach so, scheiße. Ob ich den hin geworfen. Waaah. Unsere U2 ist in der Luft. Waaah. 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 Hä? Oh, danke, alter. Boah. Das war jetzt echt. Ey, dieser Scheiß-Wichser mit seinem C4. Sagt der, der das auch mal immer macht. Mal immer macht. Oh, das ist ja toll. Spiele momentan mit Claymore. Ey, das gibt es doch nicht. Was ist denn hier für ne Ficke los, alter. Ist das unsere Dings da oben? Ja. Achtung! Feindliche Fernlinkladung gesichtet! Ich geh andersrum rein, ja. Ey, wisst du was ich... Soll ich den Spawn hinten rausholen? Willi? Bitte. Achtung! Feindliche Fernlinkladung gesichtet! Was ich Spawn hinten rausholen? Und Spawns wieder auf der anderen Seite. Uh, jetzt geht ab! Out! Juri ist unterwegs! Beschützt mich drauf! Äh, ja, ich bin gerade bei den Gegnern auf der Seite. Damit hier nicht spawnen. Bitte! Liebe, Liebe! Wir gewinnen diesen Kampf nicht aufgeben! Und zwei einkaufsbereit! Weil ich nicht gewusst habe, mich er geht in Richtung der Wahl. Oh, bist du ein Seestern und lieb mich, lieb mich? Nein! Solche Seesterne hasse ich! Wieso rennen die eigentlich draußen auf dem Feld rum? Ey, so ein Wichser! Ich wollte noch einen Kill machen! Gut gemacht, ihr! Ich hab noch einen S71 gehabt! Der Maunke hat's getut! Ach du Scheiße! So noch wer... Äh, ich will noch bis Level 50! Wie viel Lüsten gab man? Oh, eh ein Level noch! Dann musst du Level 50 kommen und dann können wir einen Road to Commander machen! Road to Commander? Was? Von Level 1 bis 50, du Schacken! Was? Ach, Kommando meinst du das? Kommando, das ist der höchste Rang hier! Ach so, da hab ich doch keine Ahnung von... Ja, ich weiß! Bei meinen 45 Jahren Zivildienst hab ich das noch nie mitbekommen! Ja! Nämlich der höchste Rang! Nein, biet's ja auf! Ich lüge nie! Ah, das kommt! Ah, das passt! Danke, danke, danke! Ich bin Oberton gewählt! Und da kommt Billy! Das ist echt die Beste, Alter! Das ist echt die Beste, Alter! Wenn jemand weiß, wie die Frau heißt! Genau, ob wir sie heiraten! Das ist wie so ne Psycho-Oma, Alter! Jetzt sind wir auch vollgefickt bei das Team, Alter! Ach, die machen wir jetzt ganz toll rund! Vielleicht... nicht! Na gut, gar nicht! Wir haben keine Chance, wir werden ratieren! Wir werden uns ausmachten! Wir werden nicht so! Wir werden die voll und fertig machen! Da! Das ist die Mieze! Hi, Mieze! Hi, Mieze! Ich hab' den Puckchen mal! Oh, das wär' ich ja super geworfen! Monkey, hilft mir! Ich seh' nix! Scheiße! Kommt doch nicht hoch! Huah! Huah! Das ist auch genau! Du bist ja... Du bist ja super! Du bist ja super! Ich hab' den Typen zu töten! Wah! Ich bin ja... Da ist doch voll die Menge! Ah, dann bin ich ja... Opida getötet! 1932! Oh, oh! Kurz! Mein... Mein Blatt... Oh, oh, Alter! Ich hab' ich... Äh, ein Blackbird-er-Camp! Das hat... Das hat... Das hat übelst geruckelt! Aber richtig krass! Eigentlich gar nicht, aber... Ey, wenn wir jetzt grad' so krass geruckelt... Verbindet die Vorräte unterwegs! Als heute der Shit geruckelt, ey! Gebt man! Gebt die man! Ha los! Wurf ab hier! Nein, ey! Ah, toll! Mal Kürli! Mal Kürli! Gib dir die für den Final Kill auf noch! Ich hab' grad' eine Rakete verbraucht! Mal Kürli! Gut, aber halt' das mehr. Geht das wohl? Ja! Nee, geht nicht! Ja, schreiß euch den Schiff! Nein! Fuck! Aber die scheiß Muffi alle, ey! Die Muffi. Muni. Munizia. Munizia. Wir haben die Führung verloren. Ich bin zu dumm zum schießen, Alter. Mann ey, legt euch doch nicht mal auf den Boden für Mutti, ey. Wir sind in Führung. Was macht ihr denn da? Unsere U2 ist in der Luft. U2 bereit. Ja, klar. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Scheiß, was ist ein Gegner? Renn nicht weg, du Wixter. Renn nicht weg. Renn nicht weg. Bist ihr nix. Ein extrem gestand, Alter. Dann bleibst du da stehen, du bist. Haben die Ausrüstung zerstört. Bleibst du da stehen, hab ich gesagt. Wo sollen sie hin? Feindliche U2 über uns. Was machst du, Alter? Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ich hab ein Heli. Cobra, einsatzbereit. Haley? Ich bin... Ich hab Heli. For American Dad. B-52 wartet auf Befehle. B-52 wartet auf Befehle. B-52 wartet auf Befehle. Wann rollen denn Donner? B-52 wartet auf Englisch. B-52 wartet auf Englisch? B-52 wartet auf Englisch? Rolling Thunder. SR-71 online. Bullmumulti kill. Guck mal, diese Angeber ist ja ecke. Die haben Rolling Thunders. Wie jetzt? Ich kann das nicht einsetzen, weil der Lutscher hier eine scheiß Cobra hat? Ja, immer diese Lutscher. Die sind meine Lutscher. die er den den dämpfer in unserem päckchen gehabt oder drei stück das war ein sonderlieferung von dhl das gibt's doch nicht doch bei roller nein da gibt es auch nicht ja klar da wird er mich einfach um ich bin es aufgeschmissen oder da von uns nein die bringen den weg ich bin wieder nach hause aber mein leben ist eine starke hände gelegt kamera hat so ein kleiner rechkolben hoch ich habe das gefühl dass die in second chance mehr abziehen als ich bin an nova gas gestorben das hat mich doch jeden tag ein die sind doch immer so blöd und rennen noch einmal so frau das sind so halt glücks menschen ja da nehme ich halt den da das braun ja 3 3 wenn sie dich in schnobbeer um nein nein aus bittes nichts so wert ne ich glaube jetzt gesichtsform da patsche ja patschenpap 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 kennst du Berserk das goldene Zeitalter das kommt hier gerade auf Dings ok weißt schon neiiiin an dem Max danach kommt Zaw 5 dann kommt Wrong Turn Zaw alter da hab ich nach dem dritten Teil aufgehört der wärst du dumm war ganz lustig eigentlich auch wenn du mich nicht sag das nicht auch zu lügen Schnauze ist schon zufall dass die d die karte spiel wollen pf 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 Ich kann es einfach nicht applaudieren. Oh, hoppa, da sind es explodiert. Jetzt hast du auf den Mond geschossen. Naja, muss ja ein neuer kaufen. Auf meiner YouTube-Mann. Auf meiner YouTube-Mann. Wir sollten uns ruhig auf die Mission konzentrieren. Nein, wir werden ihn nur auf die Mission konzentrieren. Lass das Titten-Heft weg. Titten-Hefte für alle! Wir sind in Führung. Hä? Ich war das nicht so, wie ich es erwartet hab. Ach, hier sehen wir auch. Boah, ich bin nix. Nein, keine Zeit. Alter! Spionage-Flugzeug-Einsatz bereit. Muss ich mir das Leben nehmen. Gut, jetzt lässt du ihn in dein Leben. Das war jetzt... Das war was richtig geil. Nein. Ich bin bereit. Landezone markiert. Das müsst ihr auch nicht anziehen. Wir sind jetzt bestimmt Folge 23 oder so. Wie lange wir aufnehmen. Zerbündete Vorräte unterwegs. Meine Päckchen. War das so ultimative? Das war lustig einfach nur. Und Sam to Red. Was ist denn der da? Das wird so dumm zum Scheißen. Spionage-Flugzeug hält sich bereits. Unser Spionage-Flugzeug ist in der Luft. Unser Spionage-Flugzeug ist in der Luft. Hä? Geh da hoch? Alter, nein. Das hat man nicht gefunkt. Jetzt sah unser alles da rein. Unser SR-71 ist in der Luft. Scheiße. Das ist schon tot. Scheiße. Ah, scheiße. Was soll ich den ganz großen Auto los? Haha, Headshots. Nein, Messer den doch. 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 Oha, von zwei Seiten muss man verletriert. Ich würde mich dominiert sagen, aber nein. Jetzt muss ich richtig eskalieren, ja. Oha, dann. Was wollen die denn immer da oben campen? Ich verstehe diese Leute nicht. Was ist denn daran so geil, sich da oben zu vercampen? Ich verstehe es nicht. Spionageflug. Wann die doch immer oben stand? Ist so wie eine Falle. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Ich verstehe diese Menschen einfach nicht. Ja, Punkte. Ich denke, ich habe auch ein sehr, äh, wenn ein Wolf, äh, Sprachfieler. Sprachfiel. La la la. Was macht so ein Sprach? La la la. La la la. Hast du Glück in Berlin? Ich hoffe, da würden wir sonst die ganzen Views klauen. Ich mag meinen Skill-Shopper. Einfach nur hier, ein bisschen. Was ist denn? Was ist denn? Ich denke, die Leute, die wir hier spielen, dass die gar keinen Platz mehr haben. Ich glaube, Alter. Ich war noch nie so gut in dem Shell-Spiel. Vorher nicht auf dieser fucking Karte, Alter. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Spionageflugzeug unterwegs. Oben ist einer drin. Fernlenkladung zum Einfluss. Verbündete Fernlenkladung eingesetzt. Mann, aus der Weg. Oh Mann, Willi, bist du denn Arsch. Ah, das ist ein Auto. Was ist meins? Achso. Aber jetzt fahr ich hier wieder ziemlich über die Karte, weil ich hier keinen finde. Nein, ihr Wichser! Ich hab ihn erwischt. Boah, Alter, 20-4. Der Scores ist da los. Guck mal, jetzt muss ich nur noch 60.000 Punkte machen und dann habe ich schon den nächsten Prestige. Der ist noch bei mir vorhin in die Cam geflogen. Ich stand da an der Seite. Was?